Der Prolog von Orid vom 2. September Gedenken Der heilige Märtyrer Mamas wurde als Kind angesehener christlicher Eltern namens Theodotus und Rufina in Pavlagonia geboren. Seine Eltern wurden um des Namens Christi willen ins Gefängnis geworfen. Zuerst starb sein Vater im Kerker und kurz nachdem Rufina Mamas geboren hatte, starb sie ebenfalls. So blieb das neugeborene Kind allein zwischen den Leibern seiner toten Eltern. Gott aber in seiner Vorsehung schickte einen Engel zu, einer adeligen Witwe namens Amir. Amir sah den Engel in einem Traum. Er sagte ihr, sie solle in das Gefängnis gehen und das Kind zu sich nehmen. Der örtliche Stadthalter gewährte Amir die Erlaubnis, die Toten zu bestatten und das Kind zu sich nach Hause zu nehmen. Als Mamas sein fünftes Lebensjahr erreichte, begann er zu sprechen und sein erstes Wort war Mama. Deshalb erhielt er den Namen Mamas. In der Schule bewies Mamas ungewöhnliche Intelligenz und da er im christlichen Geist aufgewachsen war, verbarg er seinen Glauben nicht, sondern bekannte ihn vor den anderen Kindern und verspottete die Götzen. Während der Herrschaft des Kaisers Aurelian fand eine grausame Christenverfolgung statt. Die Heiden verschonten nicht einmal die christlichen Kinder. Mamas war 15 Jahre alt, als er vor den Kaiser gebracht wurde. Der Kaiser sagte zu ihm, er müsse Christus nun in Worten verleugnen. Mamas erwiderte, weder in meinem Herzen noch mit meinen Lippen werde ich meinen Gott und König Jesus Christus verleugnen. Der Kaiser befahl ihn zu schlagen, mit Fackeln zu verbrennen und schließlich ins Meer zu werfen. Doch ein Engel Gottes rettete ihn und brachte ihn auf einen Berg in der Nähe von Caesarea. Dort lebte er in Einsamkeit und Gebet. Sogar die wilden Tiere wurden durch seine Heiligkeit gezähmt. Er wurde von seinen Verfolgern entdeckt und erneut den Matern unterworfen. Nachdem er durch Feuer und wilde Tiere unversehrt geblieben war, wurde der heilige Mamas von einem heidnischen Priester mit einem Dreizack durchbohrt. So übergab er Gott seine heilige Seele, dem er inmitten all seiner Foltern treu geblieben war. Von seinen Reliquien gingen viele Heilungen aus. Der heilige Johannes der Faster, Patriarch von Konstantinopel, Gedenken auch am 30. April, war zunächst ein Goldschmied. Und durch Gottes Vorsehung und seine großen Tugenden wurde er zum Priester geweiht. Einmal, noch als ein junger Mann, wanderte der heilige Johannes zusammen mit einem alten Mönch aus Palästina namens Efsevius. Plötzlich vernahm Efsevius eine Stimme, die aus seiner unsichtbaren Quelle stammte. Vater, geh nicht zur Rechten des großen Johannes. Sie, die Stimme Gottes, sagte, den hohen Dienst, zu dem Johannes bald berufen wurde, voraus. Nach dem Tod des seligen Efdiches wurde Johannes zum Patriarch von Konstantinopel gewählt. Er war zunächst nicht bereit, das Amt anzunehmen, doch eine himmlische Vision drängte ihn dazu und schließlich gab er seine Zustimmung. Er war ein großer Faster, ein Mann des Gebets und ein Wundertäter bis zu seinem Entschlafen im Jahr 595. Nach seinem Tod fand man als einzigen Besitz bei ihm einen Holzlöffel, ein Leinenhemd und ein altes Gewand. Seine Schriften über Buße und Beichte haben große Bekanntheit erlangt. Der heilige Eleazar war der Sohn Aarons und zweiter hoher Priester in Israel. Er half Moses bei der Volkszählung und Joshua, dem Sohn des Nun, das verheißene Land unter die zwölf Stämme aufzuteilen. Treu behütete er die Bundeslade in Shiloh und starb in Frieden. Das Fest des Wunders der Kaluga-Ikone der allheiligen Gottesmutter Lobeshymne Der heilige Märtyrer Mamas Mamas, der Fromme, wurde im Gefängnis geboren und vom ersten Tag an Christus verwandt. Sein Vater und seine Mutter, Märtyrer für Gott, ihr einziges Kind, kam in der Dunkelheit des Kerkers zur Welt. 15 Jahre lang war der verwaiste Mamas allein im Gefängnis dieser Welt. Sein einziger Trost und sein einziges Licht leuchteten auf ihn aus dem Antlitz des Sohnes Gottes. Dies war seine Erfüllung und sein Reichtum. Mamas verherrlichte Christus seinen Gott. Er verherrlichte ihn in Wort und Tat durch seine Seele voller Gebet und seinen unschuldigen Leib. Seine Freundschaft mit Gott war ihm lieber als die verschlungene Welt mit ihren Quälereien und Lügen. Er liebte Gott und seinen reinen Christus, und er wurde ein Freund der reinen Natur, der Wildnis und des Waldes und der wilden Tiere, der wilden Ziegen und der kraftvollen Löwen, mit wunderbaren Gaben des Heiligen Geistes. Und Mamas beschämte seine Verfolger und brachte viele Folterer zu Christus. Der Kaiser und das Reich standen gegen diesen Jungen, doch die Rechte Gottes stützte ihn. Und im Erdulden der Martern verherrlichte Mamas den Erlöser, der Kaiser und das Reich zergingen ins Nichts, während Mamas auch jetzt noch mit Christus herrscht und sich mit den Engeln im Himmel freut. Betrachtung Die orthodoxe Kirche besitzt im Schatz ihrer Erfahrung unzählige Beispiele, wie der allmächtige Gott seine Macht durch natürliche und vergängliche Dinge offenbart. Besonders durch jene, die als Zeichen der Inkarnation des Lebens und des Leidens unseres Herrn Jesus Christus dienen. Das Kreuz, Ikonen der Mutter Gottes und der Heiligen, heiliges Wasser, geweihtes Öl, Myron und so weiter. So geschah ein Wunder durch eine Ikone der allheiligen Mutter Gottes im Jahre 1748 im Haus eines Bojaren namens Zitrov in der Nähe der Stadt Kaluga in Russland. Zwei Dienstmägde des Bojaren, die auf dem Dachboden des Hauses Gerümpel aussortierten, fanden ein zusammengefaltetes Leinentuch, auf dem sich ein wunderschönes Gemälde eines Frauenantlitzes befand. Dieses Gesicht war voller Licht und Ergebenheit. Eines der Mädchen war ernsthaft und zurückhaltend, doch das andere war eitel und im Tratsch ergeben. Das erste schaute das Gesicht auf dem Leinen ab und gab ihm den Namen Diebtissin. Doch Erdokia, dies war der Name der Schwarzhaften, konnte das nicht akzeptieren und spottete über ihre ernsthafte Gefährtin. Um ihren Worten größeren Nachdruck zu verleihen, spuckte sie auf das Bild. Doch in diesem Augenblick stürzte sie zu Boden, ihr ganzer Körper verkrampfte sich. Sie wurde blind und stumm und ihr Mund begann zu schäumen. In dieser Nacht erschien die Mutter Gottes den Eltern des betroffenen Mädchens und berichtete ihnen, was ihrer Tochter widerfahren war. Sie sagte ihnen, dass sie einen Priester rufen sollten und dass dieser vor dem aufgefundenen Antlitz beten und das Mädchen mit heiligem Wasser besprengen möge. Dann würde sie geheilt werden. Als dies geschehen war, erlangte Erdokia ihre Gesundheit wieder und von dieser Zeit an war ihr Charakter verändert und sie wurde ernsthaft. Auf diese Weise fand man heraus, dass auf dem Leinen das wundersame Antlitz der Mutter Gottes abgebildet war. Die Ikone wurde in die Kirche von Kaluga gebracht, wo sie sich heutzutage befindet und noch immer Wunder wirkt. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie Gott David für seinen Ehebruch und Mord bestraft. 2. Samuel Kapitel 12 Wie ihm Gott durch den Propheten Nathan mitteilt, dass, wie er die Frauen und andere Männer genommen hat, andere Männer seine Frau nehmen werden. 2. Samuel Kapitel 13 Dass sein Sohn sterben würde, dass das Schwert von seinem Haus nicht weichen würde und alles geschah so. Homilie Über das Wort Gottes, den Schöpfer der Welt Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge wurden durch dasselbe geschaffen. Johannes 1, Vers 2-4 Der Evangelist, meine Brüder, spricht über das wundersame Wort Gottes, die ewige Weisheit Gottes, den mitewigen Sohn Gottes. Das wundersame Wort ist eines Wesens mit dem Vater und dem Heiligen Geist, doch in der Person ist es von beiden unterschieden, denn er wurde vom ungezeugten Vater gezeugt. Er war und er ist und er wird sein. Wann war das Wort bei Gott? Im Anfang, sagt der Evangelist. Was bedeutet der Ausdruck im Anfang? Er bedeutet dasselbe wie zuerst oder als erstes. Zuerst war daher das Wort Gottes mit Gott, ewig desselben Wesens mit dem Vater als Person der Sohn, obgleich noch nicht inkarniert. Später in der Zeit wurde das Wort Gottes Fleisch und offenbarte sich im Fleisch dem Menschengeschlecht. Alle Dinge wurden durch dasselbe geschaffen, während er das noch nicht leibgewordene Wort bei Gott war. Himmel und Erde und die ganzen himmlischen und irdischen Welten, alles wurde von ihm geschaffen, dem Wort Gottes, als er noch nicht inkarniert bei Gott war. Ohne das Wort Gottes wurde nichts geschaffen, was geschaffen wurde. Er war das Leben und das Licht und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Vor allem anderen repräsentieren Tod und Sünde die Finsternis. Diese Finsternis ergreift nicht den Sohn Gottes. Die ganze geschaffene Welt ist Finsternis verglichen mit Gott. Doch es leuchtet in dieser Finsternis das Wort Gottes, die majestätische Weisheit Gottes. Alle geschaffenen Dinge wären Finsternis, wenn das geheimnisvolle Licht des Sohnes Gottes, der alle Dinge schuf, die geschaffen wurden, nicht daraus hervorleuchten würde. Er war im Anfang bei Gott. Doch dann, was geschah mit ihm? Und das Wort wurde Fleisch. Bis zu diesem Augenblick ist Geschichte die Geschichte der geschaffenen Welt. Von diesem Punkt an ist sie die Geschichte der Rettung des Menschengeschlechts. Indem das Wort Gottes Fleisch annahm, wurde es doch nicht von Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist getrennt, denn die göttliche Dreiheit ist unteilbar. Er nahm nur einen menschlichen Körper und eine menschliche Seele an, damit er sich die Sonne über allen Sonnen im Fleisch den Menschen nahen und sie retten könnte. O meine Brüder, wie tief, anrührend und unaussprechlich wundervoll ist das Mysterium der Inkarnation Gottes. Wenn wir dieses Mysterium in unseren Herzen umfassen, können wir uns ihm in unserem Geist leicht ernähren. O Herr, unser gütiger Erlöser, Wort des Vaters und Freude des Heiligen Geistes, erbarme dich unser und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.